Ich bin, wie gesagt, heute zu zum ersten Mal hier. Klar, ich habe auch bisher noch nicht so viel von Darmstadt gesehen, aber ich denke, das wird jetzt dann noch kommen. Bisher war noch nicht die Zeit dafür, aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall gut. In der Stadt war noch nicht wirklich die Gelegenheit, aber in der Mannschaft wurde ich vom ersten Tag an super aufgenommen. Ich habe ja ein langes Training hinter mir gehabt, erst mal bis es hier konkret wurde. Da wurde ich aber von Tag 1 aufgenommen wie Mannschaftsmitglied und das hat es mir natürlich auch einfacher gemacht. Und dann im Sommer bin ich gerne auf dem Wasser, mache Wassersport, also Wakeboarden, Kitesurfen, habe ich jetzt nur angefangen. wenn es die Zeit erlaubt. Aber jetzt in der Zeit, wo es draußen kalt war, war ich regelmäßig oder bin regelmäßig in der Boulderhalle in Darmstadt. und das macht mir auch Spaß. Dann mit vielen Dank. Dann mach ich mich mal. Dann dich mal kurz. Und dann mal kurz, die Zeit hier irgendwie verfügbar. Und dann hiere ich mich, wenn es so gut. Und dann wohnst mich, erstmal meinst du hier, die Zeit zu bieten. Und dann ja, was ich lieber, was mir gut sf Okay? Und dann kommts zurück. Und dann kommst du mal drauf. Und dann kommst jetzt noch mal wieder. Und dann kommst du mal so weit ghast. Und dann kommst du mal. Und dann kommst du mal rein. Vielen Dank.